für die freundliche Begrüßung. Ich mache in diesem Frühjahr so ein Stück Veranstaltungsreihe quer durch Deutschland, seit ich Parlamenten angehöre. Und das war mit Beginn im Hessischen Landtag 1978, habe ich nie ein Jahr erlebt, ohne dass es öffentliche Aufregungen gab, zugespitzte Themen, Kritik, Missfallen und auch Stücke chronischer Unzufriedenheit bei vielen Bürgern. Das ist nichts Neues. Aber man muss sich dieser Situation stellen und ich will das heute Abend wie auch an weiteren Abenden tun. Allerdings auch mit einer Vorbemerkung. Wir Liberale sehen uns nicht immer durch politische Wettbewerber und die sich ja auch nicht durch uns so dargestellt, wie wir das gerne sehen möchten. Aber was mich gegenwärtig durchaus beschäftigt, ist eine Art Aufregungsjournalismus in öffentlichen Medien. Sloterdijk sagt, die sind mühelos in der Lage, jedermann zum öffentlichen Aufregungsdienst entlang des Montagebands der wöchentlichen Talkshow einzubestellen. Und hinterher sagen die Leute, ist denn das wirklich das Thema, über das wir uns hier so aufregen? Und dann rennt die öffentliche Meinung, Sie erleben das auch, wenn Sie das genau beobachten, manchmal wie eine Hammelherde von der einen Ecke in die andere. Und was am Mittwoch das Thema ist, ist es längst nicht mehr am Freitag und die Komplexität von Verhältnissen geht verloren. Das Denken wird immer kürzer und viele Leute greifen dann nach vermeintlichen Wundermitteln in der politischen Apotheke, vergessen die Beipackzettel, lesen nicht die Verfallsdaten, ganz zu schweigen von den Nebenwirkungen. Ich drücke das einmal so aus, Sie einigen sich nur auf Folgendes in der letzten Zeit. Die neoliberale Verschwörung ist an allem schuld. Ich treffe gut ausgebildete Menschen, die mich ansprechen und sagen, so neoliberal muss es aber nun auch nicht zugehen. Sie wissen aber nicht, wer die Neoliberalen sind. Sie bemühen sich auch gar nicht darum, sie plakatieren das. Sie dämonisieren Neoliberalismus und sie merken das quer durch alle Öffentlichkeit. Ich will deshalb gleich mal zu Beginn eins klarstellen, vor Ihnen steht hier so einer der bösen Neoliberalen. Und damit Geschichtskletterung erst gar nicht wieder zur Sprache kommt, will ich auch sagen, wer das war. Das waren Friedrich Wilhelm Röpke, Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises und Franz Böhm, um nur einige zu nennen. Röpke verlor als Erster seinen Lehrstuhl, als die Nazis kamen. Und Franz Böhm schrieb für den Widerstandskreis um Gördler und Stauffenberg ein Kartellrecht. Das waren die Menschen, die die Schwächen der Marktwirtschaft genau kannten und die sagten, es müssen Spielregeln hinein, die beachtet werden müssen, an die sich alle zu halten haben. Eine unabhängige Zentralbank, ein Kartellrecht, dass sich nicht Monopole entwickeln können. Sie waren genau das Gegenteil, für das sie heute denunziert werden. Aber keiner, der das so leichtfertig behauptet, hat das anscheinend jemals gelesen, sich damit beschäftigt. Es ist absurd, dass über den Neoliberalismus hergezogen wird, der genau das, was wir eigentlich, glaube ich, auch als Konsequenzen aus manchen marktwirtschaftlichen Entwicklungen sehen, der sich für Spielregeln und für Kontrolle einsetzte und immer dagegen war, dass eine Marktwirtschaft allein gelassen wird. Es war für die alle klar, dass der Staat Regeln setzen muss. Deshalb schreibt der Schweizer Schriftsteller Philipp Tingler in der Neuen Zürcher Zeitung neulich so eindrucksvoll, ich zitiere ihn einmal, Ich werde nie verstehen, wie man den Liberalismus geringschätzen und seinen Niedergang herbeisehnen kann. Die Schlagworte marktradikal und neoliberal erinnern ihn in ihrer Selbstgerechtigkeit und Geistlosigkeit bisweilen an die Verachtung der Demokratie in der Endphase der Weimarer Republik. Und er fragt, kennt jemand, der diese Schlagworte benutzt, den Unterschied zwischen Liberalismus und Neoliberalismus? Wer das fragt, so schreibt er, erntet schweigen. Die meisten dieser Kreuzritter gegen den vermeintlichen Neoliberalismus wissen gar nicht, was er bedeutet. Ich wiederhole das immer wieder. Auch als Lafontaine noch im Deutschen Bundestag war und redete, er konnte nie erklären, wer die Neoliberalen sind und was sie wollten, aber er hat kräftig das Schlagwort zur Dämonisierung benutzt. Ich fordere hier nicht mehr ein, als ein Stück politische Kultur mit Begriffen so umzugehen, wie sie historisch auch stimmig sind und nicht im politischen Tageskampf Maß und Ziel aus den Augen zu verlieren. Deshalb hatte auch das, was heute so die Frustration und den Ärger über Marktwirtschaft oder die Finanzmarktkrise ausmacht, eigentlich gar nicht seinen Ursprung. Die Finanzmarktkrise begann mit politischen Fehlern der amerikanischen Regierung über Hypothekenkredite, die niemand bezahlen konnte und das wusste die amerikanische Regierung. Sie verleitete Banken dazu, die auszuteilen. Das hat sich nicht aus der Marktwirtschaft entwickelt, sondern aus der politischen Setzung der amerikanischen Regierung mit Hypothekendarlehen, ein Stück Sozialpolitik in Amerika zu betreiben. und sie wusste, wie das enden kann, hat es aber trotzdem in die Welt gesetzt. Und dann haben sich diese Produkte entwickelt, die im Übrigen viele gekauft haben und nicht nur Banken, sondern auch unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die an Bankschaltern saßen und als ihnen hohe Renditen versprochen wurden und bei anderen Geringerer haben sie den Bankbeamten und Angestellten erklärt, die anderen bieten aber mehr und sie gehen lieber dahin. Dasselbe hat sich ja auch im Grunde bei Zypern wiederholt und bei den anderen Krisen. Sie müssen sich vorstellen, bei allem Ärger, die Zyprioten benutzen heute Deutschland als Ärger, als Bashing Point. Viele andere aus europäischen Nachbarländern im Übrigen auch. Wir sind eine Projektionsfläche für Ärger geworden. Aber sie haben diese Produkte damals gekauft. Wer an Banken in Zypern 2008 ein Konto angelegt hat, hat bis 2012 über 30% Rendite von diesem Konto gehabt. Und wenn man dann heute sagt, es müssten doch auch dann die beteiligt werden, ertönt der große Schrei, sei aber nicht die unter 100.000. Verständlich, aber auch die unter 100.000 haben wesentlich mehr als jeder deutsche Sparer Profit gewonnen. Und ich empfinde es, um mal mit Gerechtigkeit zu beginnen, dann nicht mehr als gerecht, dass diejenigen, die einen derartigen Zuwachs an Vermögen gewonnen haben, auch ein Stück davon wieder abgehen. Und selbst wenn sie die Hälfte abgeben müssten, haben sie immer noch mehr gewonnen als jeder deutsche Sparer in diesem Zeitraum. Wird aber so nicht diskutiert. Wahrscheinlich weiß es auch kaum jemand. Ich habe es auch nur in wenigen Zeitungen gelesen, außer dann noch mal sehr drastisch, als ein Journalist der Zeitung die Zeit jetzt noch mal hingegangen ist und Zypern und Geld anlegen wollte und auch noch über 4% Zinsen versprochen bekam. In einer Zeit, wo die alle erwarten, dass andere ihnen aus der Schwierigkeit heraushelfen. Ich habe das einmal zu Beginn erwähnt, weil wir das bestinformierteste Volk, aber zugleich auch das ahnungsloseste anscheinend sind, sagt ein Kabarettist. Wir haben ungezählte Informationsmöglichkeiten, aber wir können die Lage immer noch nicht ausreichend einschätzen. Der Ärger über diese Vorgänge, meine Damen und Herren, das will ich jetzt auch aktuell sagen, sollte uns allerdings nicht zu törichtenden Entscheidungen veranlassen. Sie haben gelesen und auch der Berichterstattung entnommen. Man konnte es auch gar nicht ausschließen, dass sich Verärgerung, Frust, vor allem der Ärger über deutsche Beistandshilfen für in Schwierigkeiten geradene Länder irgendwann zu etwas hin entwickelt, was in den politischen Wettbewerb eintritt. Das war jetzt der Gründungstag der Alternative für Deutschland. Ich weiß, dass das uns Schwierigkeiten machen kann und das will ich auch offen ansprechen. Aber ich will Ihnen auch zugleich sagen, dass ich bei allem Ärger die Konsequenzen einer solchen Gründung nicht verstehe und mich auch nicht am Ende Fragen stellen lassen will, Sie hätten das doch sehen kommen müssen. Und warum haben Sie uns das nicht rechtzeitig gesagt? Thomas Strauper, der dem Kuratorium der Friedrich-Naumann-Stiftung angehört, ist Chef des Weltwirtschaftsinstituts in Hamburg. Er hat vor wenigen Tagen auf knapp zwei Seiten klargemacht, dass es eine Illusion ist zu glauben, dass bei einem Austritt Deutschlands aus dem Euro und einer Rückkehr zur D-Mark alle anderen sich so verhalten würden im Business as usual. Er sagt, dass die Rückkehr zur D-Mark eine gigantische Einladung zur Übernahme der Schulden anderer durch Deutschland im Kern ist und kein Entkommen. Viele nehmen an, dass wenn wir zur D-Mark zurückkehren, die D-Mark stärker sein wird als der dann von Deutschland befreite Euro in Europa. Er sagt, das ist aber gerade die Einladung. Die werden ganz schnell mit dem schwächeren Euro ihre Schuldscheine aus Deutschland zurückkaufen und in Deutschland wird es gewaltige Massen geben, die Wertberichtigungen bedeuten. Wir zahlen mit einer Rückkehr zur D-Mark bei dem Verhalten anderer, was man überhaupt nicht ausschließen kann, genau die Schulden durch Deutschland, die angeblich die ja vermeiden wollen. Das ist eine Kette, eine Wirkungskette. Und er sagt, die wird auch kommen. Die Schuldner wären nämlich am Ende fein raus. Ganz zu schweigen von den anderen Kosten, meine Damen und Herren. Bei einer D-Mark wären die deutschen Produkte etwas teurer, ich drücke mich noch vorsichtig aus, als übrige Produkte, die nach dem dann schwächeren Euro in anderen Ländern hergestellt würden. Sei es in Euro oder die Griechen gehen zur Drachma, die Franzosen zum Franc oder wer auch immer. Es ist nicht auszuschließen, wer ein Minimum an wirtschaftlichem Sachverstand hat, dass der mehrmalige Exportweltmeister Deutschland durchaus Schwierigkeiten hätte, seine Produkte zu verkaufen. Denn sie wären auf jeden Fall teurer für die Länder, in denen wir bisher hin exportieren, als die Produkte anderer. Einzig die Qualität könnte entscheiden. Aber ich glaube nicht, dass nach einem Ausscheiden Deutschlands, und Straubhaar formuliert das auch, die Südanrainer und die Mittelmeerländer nach gemachten Erfahrungen, und die sind ja auch verärgert, dann über Deutschland geradezu auf die deutschen Produkte sich stürzen würden, die sie teurer bezahlen müssten als vorher. Ich erwähne das nur auch als volkswirtschaftlicher Laie, weil mir die ganzen Professoren, die sich in der Alternative versammelt hätten, dafür überhaupt noch keine Antwort gegeben haben. Die müssen auch bisher nicht entscheiden. Wir haben am Donnerstag zu entscheiden, im Deutschen Bundestag nochmals zum Thema Zypern. Die sind alle in der Deckung und können uns kritisieren. Aber hineingesetzt und selbst die Hand heben oder nicht heben zu müssen, bedeutet auch eine hohe Verantwortung, was hinterher an Konsequenzen eintritt. Ich erwähne das ganz klar. Ich glaube, dass das eine Vorbemerkung zu dem eigentlichen Thema sein sollte, aus der Aktualität heraus. In unserem Land hat die Marktwirtschaft, das ist der Grund, weshalb ich auch heute hier bin, an kulturellem Boden verloren. Sie wird bis ins bürgerliche Fingertor hinein kritisiert und sie findet kaum noch Befürworter, vor allem nicht aus dem wirtschaftlichen Rahmen selbst. Meine politische Einstellung, ich bin ein Liberaler, muss wesentlich mehr und stärker für die Marktwirtschaft eintreten, als dass manche ganz gut verdienten Manager in der deutschen Wirtschaft öffentlich täten und sich selbst auch kritischen Bemerkungen stellen würden. Wir sind ein Land, in dem Wettbewerb eher ein kontaminiertes Wort ist. Wettbewerb mögen viele nicht. Dabei ist Wettbewerb die einzige Triebfeder für Innovation, für Verbesserung, für Weiterentwicklung, für die Bereitschaft zur Anstrengung. Douglas North, der ist Nobelpreisträger und Wirtschaftshistoriker, vertritt die These, dass die Gesellschaften, die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wettbewerber als etwas ganz Normales ansehen, die Erfolgreichen der Zukunft sein werden. Er hat Recht. Wir können dem auch nicht ausweichen. Für Katholiken sage ich es noch einmal, Johannes Paul II. hat es 1992 schon gesagt, dass die Marktwirtschaft wohl am ehesten für die beste Befriedigung der Bedürfnisse da sei. Der Vatikan ist uns in vielem voraus als Exportweltmeister langer Jahre. Ich mache jetzt einmal eine Inventur in Deutschland. Ganz unvoreingenommen. Vielleicht auch gegen manche öffentliche Wahrnehmung, aber ich nenne sie mal. 84% der Unternehmen in Deutschland geben an. Sie wollten ihre Produktion in Deutschland langfristig aufrechterhalten. Bei allen öffentlichen Eindrücken und Turbulenzen, die es in Europa gibt. 84% wollen hier bleiben. 41% erwarten sogar, dass sich die Standortbedingungen in den nächsten Jahren weiter verbessern. Wir haben 500 Weltmarktführer aus dem Mittelstand in der Welt. Wenn wir in den Skifahrkategorien denken, wo immer drei auf dem berühmten Stockerl stehen, sind das über 1300 auf den ersten drei Plätzen dieser Welt. Das heißt, wir haben mehr Weltmarktführer als USA, Japan, China, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich und die Schweiz zusammen im mittelständischen Bereich. Ich habe selbst neulich beim Bundesverband mittelständische Wirtschaft denen nochmal sagen müssen, dass das über 1300 sind und dass sie doch gefälligst die Zahl meiner Öffentlichkeit nennen sollten. Bei einer Umfrage unter Entscheidungsträgern, welche Länder, welche drei Länder in den kommenden Jahren die attraktivsten Investitionsstandort in Europa seien, ist Deutschland vorne 56%, danach Frankreich 25%, Großbritannien 24%. Wir haben über 44 Millionen Beschäftigte, so viel hatten wir noch nie. Wir haben die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit, die Schwarzarbeit ist um 13% zurückgegangen, der Anteil der Erwerbstätigen über 55 Jahren ist auf 60% gestiegen, der Anteil der über 60-Jährigen auf 44, das hat es auch noch nie gegeben. Wir haben rund eine Viertelmillion Kinder, wenige in Hartz IV, zur Armutsdiskussion will ich das einmal sagen, und 900.000 Menschen, knapp eine Million Menschen ist aus der Grundsicherung herausgekommen in einen Arbeitsplatz. Mit Zuverdienst, mit kleinen Arbeitsverträgen, aber sie sind herausgekommen. Das sind Zahlen, die im Grunde nicht vom Himmel gefallen sind, aber sie drücken Stärken aus. Daraufhin wird aber in Deutschland zu wenig trainiert. Wir haben eher düstere Zukunftsprognosen und allmählich glauben wir auch, die Lage sei so miserabel, dass die zutreffen. Ich bin nicht ein Anhänger von problemverschärfenden Zukunftsprognosen. Ich habe, und vor Ihnen in allen Augen steht ja noch die Zukunftsprognose des Club of Rome. Die haben einfach Verhältnisse fortgeschrieben und haben eins dabei vergessen, die Fähigkeit zu lernen, alternative Produkte zu entwickeln, Produkte zu ersetzen, Möglichkeiten zu suchen, Rohstoffknappheit zu überwinden, neue Mobilitätskonzepte. Es droht uns keine Apokalypse. Vince Ebert, ein Kabarettist, hat neulich so schön gesagt, aber wir haben eine Neigung zu so einer apokalyptischen Dosis. Wenn jetzt sich alle deutschen Zeitungen verabreden würden, zu schreiben, nächste Woche geht die Weltuntersacht, dann wird die Süddeutsche das noch toppen und wird schreiben, Bayern trifft es am härtesten. Es ist etwas kabarettistisch ausgedrückt, aber es gibt so ein Gefühl. Wir stehen in einem Wettbewerb mit anderen, die sich eher darauf verständigt haben, etwas ängstliche Gemüter vor der Zukunft zu beruhigen und Konzepte zu entwickeln, wo weniger ein Engagement auf Chancen gelegt wird, sondern eher Betreuung gegenüber Ängsten angeboten wird. Das ist bei CDU, CSU der Fall, ist bei der SPD der Fall, bei Grünen, bei der Linken ohnehin. Deren politisches Konzept geht mehr über Hilfestellung, Betreuung. Das führt dazu, dass wir das staatliche Budget in enormem Maße für solche Maßnahmen verbrauchen und völlig aus den Augen gerät, dass nicht staatliche Verteilung und staatliche Betreuung am Ende Hilfe für Menschen ist, sondern autonomieethisch, wirtschaftlich ein Arbeitsplatz und die Vermittlung von Selbstvertrauen. Ich glaube, dass die CDU, CSU seit einiger Zeit ja etwas erlebt, was sie auch unter Sozialdemokratisierung in den Zeitungen erlesen. Die Grünen haben nach dem Motto Wer bietet mehr eine absolute Beschlussfassung herbeigeführt über alles und jedes und Zuwendungen. Oswald Metzger, früherer Kollege aus dem Bundestag, hat ihre Beschlüsse als Sozialstaatsvöllerei bezeichnet, die jede ökonomische Vernunft verhöhne. Kersting, ein Kieler Philosophie-Professor, sagt, wo solches Denken sich nur in Betreuungskategorien und staatlicher Verteilung breit macht, kann sich keine selbstmächtige Zivilität entwickeln. Der Liberalismus muss immer eine Art mehr Frontenkrieg führen. Gegen kollektivistische Spielarten, gegen das Unbehagen an der Moderne, aber auch gegen Konservative, die das Rad zurückdrehen wollen. Wir müssen eine Art mentalitätspolitisches Signal setzen. Und das können wir auch. Wir haben 50% des staatlichen Budgets im weitestgehend für sozialpolitische Maßnahmen und Aufgaben. Die Umverteilungsmarge des staatlichen Budgets ist in der heutigen politischen Auseinandersetzung der Qualitätsmaßstab anscheinend für sozialpolitisches Empfinden. Es ist es aber am Ende nicht. Schröder und Blair haben 1999 ihren eigenen Genossen ins Stammbuch geschrieben, dass der Weg mit immer höheren Ausgaben belastet, ohne Rücksicht auf die Ergebnisse oder die Wirkung der hohen Steuerlast auf Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung oder private Ausgaben. Und sie sagen dann den schönen Satz, soziale Gerechtigkeit lässt sich nicht an der Höhe der öffentlichen Ausgaben messen. Der wirkliche Test für die Gesellschaft ist, wie effizient diese Ausgaben genutzt werden und inwieweit sie Menschen in die Lage versetzen, sich selbst zu helfen. Wenn ich das vortrage im Deutschen Bundestag, erhebt sich vom Rednerpult aus zehn links eine gewaltige Geräuschkulisse. Obwohl die beiden Herren doch aus dieser Sitzordnung in der politischen Geografie kommen. Wir sind der Überzeugung als Liberale, dass Transferleistungen unbedingt auch an eine überprüfbare Bereitschaft zur Selbstbeanspruchung gebunden werden sollten. Das gilt in vielen Fachbereichen der Hochschulen als unzumutbar, bei den Wohlfahrtsverbänden sowieso. Aber ich finde, man kann ein Minimum an eigenem Engagement verlangen, bei denen man vermuten könnte, sie könnten es eigentlich, wenn sie wollten. Das findet schon lange nicht mehr statt. Wir haben eine gerechtigkeitsethische Diskussion, die an solchen Sachzusammenhängen völlig vorbeigeht und die mit Totschlag-Argumenten argumentiert. Es gibt eine Wählerbewirtschaftung von politischen Mitkonkurrenten, die für sich Gerechtigkeitskompetenz in Anspruch nehmen. Aber Gerechtigkeit ist ein sehr von manchen auch missbrauchtes Wort. auch eigene Weiterentwicklungsmöglichkeiten, eigene Maximierungsansprüche, eigene Unzufriedenheit, selbst bis hin in persönliche Lebensbereiche, wo man vermutet, der andere hat etwas mehr als ich und selbst wenn man das als gerecht empfinden müsste, weil er vielleicht etwas leistungsstärker ist, werden mit dem Wortverhältnisse sein ungerecht zur moralischen Überdeckung auch von Gefühlen des Neides sehr, sehr oft benutzt in unserer Gesellschaft. So hat man eine öffentliche Kultur, die im Grunde genommen das Wort Gerechtigkeit nahezu für alles und jedes gebraucht und in vielen Fällen auch missbraucht. Fair und gerecht, sagt der Sachverständigenrat, sind Modelle, die den Bedürftigen ein angemessenes Sicherheitsangebot machen, gleichzeitig aber auch dazu anhalten, durch eigenes Engagement sobald als möglich wieder von Leistungen abhängig zu werden. Fair und gerecht, sagt er weiter, ist ein Interessenausgleich zwischen den Generationen, der die Arbeit an den drängenden Fragen des demografischen Wandels nicht auf jene Menschen verschiebt, die im aktuellen Entscheidungsprozess noch gar keine Stimme haben. Das wird aber in der politischen Diskussion zwar immer notiert, aber nie beachtet. Können Sie sich an eine Situation erinnern, in der trotz Vereinbarung auch aus früheren Zeiten wir uns einig waren, dass die Renten in gleichem Maße steigen sollten, wie die Erwerbseinkommen, in einer Situation, als die Renten einmal nicht hätten steigen können. Der jetzige Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz einen Gesetzentwurf vorliegte, dass sie doch steigen. Wir hatten damals Besuchergruppen im Deutschen Bundestag, die einem auf die Frage, wenn man das erwähnte, als Gerechtigkeitsthema, man missgönne ihnen ihre Rente und sie hätten ein Leben lang gearbeitet. Die schlichte Tatsache, dass zur Rente immer zwei Generationen gehören. Eine, die ihr Erwerbsleben hinter sich hat und die andere, die Chancen im Erwerbsleben hat, um einen Beitrag zur Finanzierung der Rente, der vor ihr befindlichen Generationen wurde, nicht beachtet. Generationengerechtigkeit wird immer nur im Munde geführt. Wir schalten aber die Zukunft weitestgehend aus. Der Spiegel schreibt dazu, der Staat nimmt so viel Geld ein, wie noch nie. Geschätzte 616 Milliarden kassieren Bund, Länder und Gemeinden im vergangenen Jahr. Der Staat hat zwar viele Probleme, die er lösen muss, aber Geldmangel gehört nicht dazu. Das entspricht auch meiner Überzeugung. Ich erwähne das aber, weil natürlich aus vielerlei Gründen jetzt schon wieder über Steuererhöhungen aller Art diskutiert wird, in anderen Gruppierungen, um vermeintliche weitere Aufgaben des Staates finanzieren zu können. Der Spiegel schreibt dazu, das ist die falsche Antwort. Denn Sie wissen wie ich, dass wenn man in bestimmte Steuern geht, die Personengesellschaften getroffen werden, die es im Mittelstand gibt, wo der Chef des Unternehmens auch mit eigenem Hab und Gut noch haftet. Für das Unternehmen. Wenn der eine Vermögensteuer bezahlen muss, dann heißt das ja praktisch, dass er seine Ausrüstungsgegenstände oft zum Finanzamt zu schleppen hätte, dessen Vermögen nicht, doch nicht auf irgendeinem Konto. Dessen Vermögen sind die Ausrüstungsgegenstände seines Betriebes. Ich habe vorgestern mit positiver Fassungslosigkeit den Brief von Herrn Kretschmann an seine Freunde gelesen, der genau auf diesen Sachverhalt hingewiesen hat. Als Steinbrück noch der Alte war, hat er auch die Einkommensteuer Verteilung für in Ordnung befunden. Er sagt, wenn das oberste Prozent der Steuerpflichtigen 22 Prozent des Aufkommens bezahlt, die oberen 10 Prozent 55 Prozent, die untere Hälfte gut 5 Prozent, soll man das einen verteilungspolitischen Skandal nennen? Er hat das für eine angemessene Einkommenssteuer Verteilung empfunden. Ich glaube, dass vieles an dieser Art simulatorisch ist. Es soll den Menschen vermittelt werden, es geschehe jetzt etwas ganz Entscheidendes und Wirkungsvolles, aber es ist es nicht. Am Ende wäre es eine Bedrohung für das größte Standbein sozialer Sicherheit in Deutschland, den Arbeitsplatz, der weit allen anderen Möglichkeiten überlegen ist. Eine demokratische Gesellschaft muss mit Ungleichheiten fertig werden. Damit will ich nicht sagen, dass ich mit allen Ungleichheiten einverstanden wäre oder dass Sie mit allen Ungleichheiten einverstanden sein müssen und geradezu jede Einkommensentwicklung und jedes Gehalt, über das wir ja auch heute in den Zeitungen lesen, so als gerecht empfinden müssen. Das ist nicht der Fall. Aber um auf den Kern zu kommen, Thomas Jefferson hat in die amerikanische Unabhängigkeitserklärung den Satz geschrieben, all men are created equal. Alle sind gleich. Das heißt aber nicht, dass alle Menschen identisch sind. Der polnische Dichter Lem sagt, wenn alle identisch wären, würde ja im Prinzip einer genügen. Das ist etwas drastisch ausgedrückt. Ich untermale damit aber nur, dass uns der genetische Zufall alle einzigartig macht, aber auch einzigartig in der Unterschiedlichkeit, in Stärken und Schwächen und Fähigkeiten. Das Regulativ ist die Gleichheit vor dem Gesetz. Wir haben keine Differenzen der Stimmen und Wahlrechte mehr. Wir haben die Hautfarbe menschenrechtlich irrelevant aus Gleichheitsgründen. Aber all das ist doch am Ende wenn wir Gleichheit als Egalität verstehen nicht deckungsgleich. Denn die Nutzung von Chancen, die sich aus Gleichheit aller vor dem Gesetz ergeben, sagt Udo Di Fabio, der bekannte Verfassungsrichter, ist von Fähigkeiten abhängig, die ihrerseits ungleich verteilt sind. Die Natur ist ebenso ein großer Verteiler und keine Gleichheitspolitik des Sozialstaates kann eine Schöpfungskorrektur vornehmen. Wir sind unterschiedlich begabt. Manche mehr, manche weniger. Manche nutzen ihren Chancen, manche können sie nicht nutzen, manche wollen sie nicht nutzen. Ich glaube, dass wenn wir einen Egalitarismus aufziehen, wir uns selbst schädigen. Er verhindert, dass einige mehr leisten können und bewirkt, dass eine Gesellschaft geistig und wirtschaftlich durch Gleichheit als Verständnis von Gerechtigkeit ärmer wird, sagt Hubert Makel, früher Präsident der Forschungsgemeinschaft. Das heißt, wir müssen als freiheitliche Gesellschaft zwar für aktive Chancengerechtigkeit eintreten, wir werden aber niemand ein Ergebnis verordnen können der Gleichheit und wir müssen kulturell mit Unterschieden unter uns selbst fertig werden. Wir können uns anstrengen, jedermann ein komplexes Ensemble von Fähigkeiten zu vermitteln, das er für seine eigene Biografie braucht, aber nicht alle werden beim gleichen Ergebnis anlanden. Da fällt mir im Übrigen ein, ein Stück aus unserer ideologisierten Schuldiskussion, die wir seit Jahren haben und an bestimmte Tendenzen Noten gänzlich abzuschaffen und auch die Kopfnoten in Zeugnissen, die wir noch traditionell als Ordnung flyes betragen, Aufmerksamkeit kannten, abzuschaffen. Ich behaupte das glatte Gegenteil, das sind keine alten Fähigkeiten, die wir nicht mehr bräuchten. Ich halte das für Megakompetenzen der Problemlösungskompetenz, des Einfallsreichtums, der Frustrationskontrolle, der Einsichtsfähigkeit und des Durchhaltevermögens. Wir können das hier auch so über Zeugnisse schreiben. Wir müssen nicht Fleiß, Ordnung, Aufmerksamkeit betragen, wir schreiben diese Megakompetenzen hin. Frustrationskontrolle ist für mich übrigens ein ganz wichtiges. Das würde ich heute statt betragen in Zeugnisse drüber schreiben. Fachunterricht ist die eine Seite, wer aber mit dem Gelernten und das ist die soziale Relevanz des Lernens nichts anfangen kann, es nicht umsetzen kann, der wird dem Wettbewerb unterliegen. Deshalb gehört dieser Teil der Persönlichkeitsbildung dazu. Und er wird im Übrigen nicht durch die schulorganisatorischen Debatten zum Ausdruck gebracht, die wir heute führen. Diese Art Kultur des Lernens und Zivilisiertheit entwickelt sich oder entwickelt sich nicht zwischen Geburt und Schulbeginn. Wenn dort die Grundlagen nicht gelegt sind, wenn Elternhäuser nicht ein Mindestmaß an Zivilisiertheit mitgeben, nützt keine Verlängerung der Grundschule auf sechs Jahre etwas oder alle pädagogischen Anstrengungen. Deshalb bin ich der Auffassung, dass eine Konsequenz aus der Gerechtigkeitsdiskussion eher eine hohe Investition in frühkindliche Bildung ist, statt Fortsetzung des ideologischen Streits über die Schulform. mir kommt es auf ordentlichen Unterricht an und auf die Fähigkeit von Elternhäusern zu verstehen, dass sie ihren Kindern die soziale Bedeutung des Lernens beibringen müssen. Und wo sie es nicht können, müssen wir ihnen helfen. Gerechtigkeit entsteht am Ende nicht durch staatliche Verteilung, sondern Chancengerechtigkeit am Beginn. Und je mehr wir dort einsetzen, desto mehr werden wir auch am Ende ökonomischen Erfolg haben. Darndorf hat das beschrieben, er nennt einen Tugendkatalog der Freiheit Lernen und individuelle Mühe. Lernen und individuelle Mühe. Wir sind als Friedrich-Naumann- Stiftung mit dem Zusatz für die Freiheit im Namen versehen. Wir haben uns das lange überlegt, wir hatten das Gefühl, dass Freiheit vielen gleichgültig geworden ist und wollten dann bewusst auch ein Warnzeichen oder eine Art Leuchtturm setzen. Wir wissen, dass Freiheit nicht in Hedonismus enden darf. Menschen können die Welt nicht kultivieren ohne die anderen. Wir wollten nur sagen, dass nur in Freiheit sich andere Werte entwickeln können, die die Menschen für ihre eigene Biografie brauchen. Wir sind uns im Übrigen mit einem Papier der katholischen Bischöfe über soziale und chancengerechte Gesellschaft fast völlig einig. Wenn ich Ihnen das verteilen würde, würden Sie da viele Passagen finden aus dem, was ich auch gesagt habe. Die katholischen Bischöfe schreiben zum Beispiel Bürgerrecht auf Bildung, aber die Menschen stehen auch in der Pflicht, die ihnen gegebenen Möglichkeiten zu nutzen. Hier sagen die katholischen Bischöfe, trifft sich die katholische Soziallehrer mit den Denkern der liberalen Aufklärung und stellen eine chancengerechte Gesellschaft in den Mittelpunkt sozialen Engagements. Das ist genau der Kernpunkt. Dieses Papier der katholischen Bischöfe ist für alle, sowohl für die Wohlfahrtsverbände wie für uns im Nachdenken wie für sozialwissenschaftliche Fachbereiche an Universitäten so dringend notwendig und sollte ganze Kathedralen der Beharrung eigentlich einmal umstoßen. Nur derjenige, der das Beste lernt, kann auch sein Bestes geben. Das bedeutet, wir sollten nicht als Sozialpolitik ausgeben, die Pflege der Begabungen eher zu verhindern und Schülerinnen und Schüler in der Schule länger aufhalten. Auch die Besten haben einen Anspruch auf Förderung und ich glaube auch nicht, dass eine Gesellschaft erfolgreich sein wird, die sie daran hindert. Sie müssen ebenso die Chance haben, wie viele Stützkurse für die Schwächeren, einen eigenen Lebensweg zu nehmen und sich selbst auch behaupten zu können. Ich glaube, dass eine solche Art von Förderung einer freiheitlichen Gesellschaft entspricht. Sie setzt allerdings hohes pädagogisches Können voraus in der Schule und eine Binnendifferenzierung im Unterricht, die nicht jedermanns Cup of Tee ist. Auch Lehrerinnen und Lehrer müssen sich durchaus fragen, warum ein Kind in der Schule nicht mitkommt und ob das vielleicht an ihrer Unterrichtserteilung selbst lieben könnte und nicht nur an der sozialen Herkunft. Das vermisse ich bei manchen bildungspolitischen Debatten. Wir haben, wie es ein Mitarbeiter der Max-Planck-Gesellschaft beschrieben hat, sehr, sehr viele kognitive Geizhälse in Deutschland. Er sagt, wir haben zu wenig Menschen, die versuchen, hinter Fragen zu kommen und Konsequenzen und Wirkungsketten zu beachten. Wir haben ein Sicherheitsbedürfnis, das in keinem ausgewogenen Verhältnis mehr zur Freiheit steht. Und er beschreibt eine Verantwortung für die Freiheit, die nicht nur in der Inanspruchnahme in persönlicher Freiheit gegenüber anderen besteht. Er sagt eigentlich, dass wir ein Bewusstsein für die Potenziale zukünftiger Generationen haben müssen, Lebensqualität und Wohlstand zu entwickeln und in Freiheit leben zu können. Er beschreibt auch einen Begriff von Nachhaltigkeit viel tiefer. Nachhaltigkeit ist ein leistungsfähiger Kapitalbestand weit über das ökonomische hinaus. Weit über ökonomische Kompetenz, Qualität der Umwelt, erreicht das Niveau des technologischen und sozialen Wissens Bildungschancen, öffentliche Infrastruktur, Schuldenlast Beseitigung. Das erfordert gelegentlich Mut zu Unpopulär. Ich will darauf hinaus, weil diese gespielte Nachhaltigkeit, jetzt mache ich mal ein stilles Wasser und einen Salat ohne Dressing, nicht ausreicht, um wirklich einen tieferen Begriff von Nachhaltigkeit zu propagieren. Und weil es notwendig ist, das auch einmal zugespitzt zu sagen. Die katholischen Bischöfe, um die wieder zu zitieren, sprechen an dieser Stelle von einer notwendigen und neuen Perspektive aus der westlich-abendländischen Moderne. Die Herren sagen allen Ernstes die Idee der Freiheit und beschreiben das als Perspektive für politisches Engagement. Ich hatte es schon erwähnt, dass ich davon ganz angetan war. Und ich glaube, dass wir das auch engagiert zu vertreten haben. wir haben viele niedergelegte private Rechte, wir haben eine große sozialstaatliche Absicherung, aber das wird nicht ausreichen, in einer Welt mit rasanten Beschleunigungen die Zukunft zu gewinnen. Vor allem, wenn man sich nicht klar darüber wird, dass die Schwierigkeiten, die wir haben, nicht nur Schwierigkeiten der Ökonomie sind, sondern wir haben die Schwierigkeiten in unserem Denken. Viele Menschen können sich nur sehr schwer, das ist eine Erfahrung, die ich mache, für den Liberalismus erwärmen. Sie lassen sich seine Annehmlichkeiten gefallen, sie weisen seine Moral zurück, sie beantworten seinen Freiheitspathos mit Schulterzucken. Für viele Menschen sind die früheren Sinnstiftungen, die Kollektiven, versiegt. Ihnen fehlen einigen jedenfalls geschlossene Systeme der Religion und der Geschichte. Der Liberalismus macht vieles zu einer privaten Angelegenheit. Ein kleines Erweckungserlebnis für mich war, als mich ein Teilnehmer einer solchen Veranstaltung im letzten Jahr fragte, wer euch wählt, muss hier alles selber machen. Menschen haben einen großen Bedarf an Orientierung und auch an Hilfe und wenn sie den nicht bekommen, wird die kulturelle Umwelt für sie unbekömmlich. Der Liberalismus kann aber den Bedarf aus sich heraus nicht decken. Er ist wie kein anderes politisches konzeptionelles System auf aktive Mitarbeit angerufen. Er hat in seiner Geschichte Bindungen gelockert, er hat Autoritäten gestürzt, er hat Gewissheiten abgeschafft und 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 stehen die Menschen ganz einsam und allein unter freiem Himmel und stellen fest, dass die Entwicklung bei ihnen damit nicht Schritt gehalten hat. Wir haben zweifellos eine Art eher Obrigkeitsstaatliche Anhänglichkeit und wir haben große Schwierigkeiten ein gewisses Modernitätspensum bei Menschen zu entwickeln und wir haben ein Nachlassen von Selbstbeanspruchungsbereitschaft die wir aber dringend brauchen. Wir wollen aber uns nicht dafür entschuldigen dass wir keine umfassende staatliche Betreuung jeden Tag organisieren. Wir müssen Menschen auf die Komplexität der Verhältnisse aufmerksam machen. Wir können ihnen kein einfaches Geschichtsbild und Zukunftsbild entwickeln. Wir können auch nicht in den sozialstaatlichen Wettbewerb eintreten der sich im öffentlichen Budget deutlich macht um uns als Gutmenschen zu präsentieren. Wir können keine Fluchtburgen gegenüber komplexen Herausforderungen darstellen. Wir sind auf bürgerliche Mitarbeit angewiesen die ein Mindestmaß an Lagebewertung über Zusammenhänge hat sich nicht auf einfache Lösungen begibt. Und die weiß dass die Freiheit nur gehalten werden kann wirtschaftlicher Erfolg der nicht immer mehr sondern auch immer besser bedeutet und damit soziale Sicherheit nur in einem solchen Zusammenhang zu organisieren ist. Wir brauchen ein Stück Persönlichkeitsentwicklung Willen zum Lernen Definition der größten soziale Sicherheit in einem Arbeitsplatz wir sind dann immer noch in der Lage denen zu helfen die sich nicht selbst helfen können aber nur den politischen Wettbewerb in einer Gesellschaft auszutragen wer bietet mehr ist eine Verkürzung von Politik und von Gesellschaften die wir nicht mitmachen wollen insofern macht man sich nicht unbedingt beliebt aber wenn man Überzeugungen hat muss man die Überzeugungen auch vortragen herzlichen Dank Fragen beantworte ich gerne Ja ganz herzlichen Dank Herr Gerhard für diesen Vortrag und für das liberale Weltbild das Sie uns präsentiert haben ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gefragt als Sie uns vorgestellt haben die Umfragen und das Misstrauen das